Es war eine andere Zeit, ein anderer Gegner. 60 Mann aus den besten Einheiten wurden geschickt, um sich 500 Gegnern zu stellen. Ihr Ziel war es, den Feind von einem Krankenhaus zu vertreiben und die Patienten zu retten. Drei Tage hielten sie durch, aber der Feind musste zahlungmäßig einfach überlegen. Aus den 60 wurden 15. Noch eine Nacht würden sie nicht schaffen und der Feind wusste das. Im Schutz der Dunkelheit evakuierten sie das Krankenhaus, schickten nur einen, um sie anzuführen. Der Rest kehrte zurück und bezog unter den Leichen ihrer gefallenen Kameraden Stellung. Da lagen sie und warteten, überströmt vom Blut der Gefallenen. Der Sand klebt an ihnen wie ein Schleier. Er veränderte sie, läuterte sie. Als der Feind kam, erhoben sich die letzten 14 aus dem Wüstensand. Sie waren unsichtbare Jäger und gegen ihre Tarnung konnte niemand etwas ausrichten. Als ihnen die Munition ausging, benutzten sie ihre Klingen. Und als die Klingen stumpf waren, benutzten sie ihre Hände. Als sie Staub und Sand gelegt hatten, war nur ein einziger Feind übrig. Er wurde in der Wüste gefunden, ziellos umherwandernd, traumatisiert. Er warnte die anderen vor einer so gefährlichen, unschlagbaren Macht, dass man sie für übernatürlich hielt. Er nannte sie Ghosts Geister. Und das ist wirklich passiert? So geht die Legende. Ach Dad, du glaubst doch nicht, dass die Geschichten real sind. Ja, das mach ich. Los, gehen wir zurück zum Haus. Gehen wir. Na los, Tempo. Der Wind wird auch stärker. Los, gehen wir zurück zum Haus, weil das nichts kaputt ist. Dad, was passiert hier? Odin! Es ist Odin! Jetzt raus, Jungs! Los! Was redest du denn da? Vor allem geh zum Haus und bleib laut. Ich geh zum Truck. Aber wer? Na los, Zon! Komm, Logan! Was zur Hölle ist denn los? Hier lang, Logan. Kletter rüber! Ihr nehmt den Gärten. Los, rein! Wovon zur Hölle hat Dirk gesprochen? Was ist, Odin? Komm schon! Doch wir werden es auch nicht mehr aus. Wir werden nicht sterben. Komm! Es klemmt! Hilf mir hier! Okay. Drei, zwei, eins, schieben! Odin-Kontrolle, Ping der Orbital-Waffe erfolgreich. Roger Mosley, verfolge Waffentest-Schuss-Signal. Hey, Baker, hier ist unser Taxi. Rein mit uns. Shuttle, hier Odin-Kontrolle. Empfangs bereit. Odin-Kontrolle, wir kehren um zur Besprechung mit der neuen Crew. Roger, wir bereiten Luftschneuse C vor. Shuttle in Undock-Endphase. Shuttle, zehn Meter. Beginne Rotation. Fünf Meter Shuttle. Zwei Meter. Rotationsdelta auf Null Shuttle. Mosley, Luftschleuse C ist bereit. Andock. Mittelstellung aktiv, Beginner Einzug. Verstanden, Shuttle. Starte Druckaufgleich. Ah, ich freue mich wirklich auf zu Hause. Wie lange ist das her? Drei Monate? Shuttle, ihr habt angedockt. Und ihr seid eingefahren. Und gesteuert. Baker, ich bin beim Entladen. Verlade! Odin-Kontrolle, wiederholen. Komm schon. Sie waren im Shuttle. Der Fall ist in die Odin-Kontrolle eingedrungen. Wir müssen uns beeilen. Komm böse an Odin-Kontrolle. Werden beschlossen. Die Odin-Kontrolle, die Odin-Kontrolle ist in die Odin-Kontrolle eingedrungen. Odin-Kontrolle, es sind Föderationstruppen im hinteren Crew-Modul. Baker, Achtung, da wird noch mehr. Odin-Kontrolle, die Odin-Kontrolle ist in die Odin-Kontrolle eingedrungen. Odin-Kontrolle, die Odin-Kontrolle ist in die Odin-Kontrolle. Odin-Kontrolle, die Odin-Kontrolle ist in die Odin-Kontrolle, die Odin-Kontrolle ist in die Odin-Kontrolle eingedrungen. Odin-Kontrolle, die Odin-Kontrolle ist in die Odin-Kontrolle. Verstanden, Moseley. Odin visiert Ladungen 3 und 4 nicht mehr an. Aber Ladung 2 wird noch sequenziert. Ziele erfasst. San Francisco, Denver, Kansas City, Chicago, Washington, D.C. Wir sind noch nicht fertig, Baker. Wir müssen zu Odin und zerstören. Aber nach Hause stoppen wir es nicht, Baker. Atlas, wie viele Grad sind für Destabilisierung nötig? 23 Grad, Vakku oder Steuerbord. Fernlenk-Systeme antworten nicht. 23 Grad. Wir versenken dieses Ding im Aussehen. Hilf mir, das zu öffnen! Abwicklung offen, Houston! Entschuldigen Sie diese Treibstoffleitungen! Du hast ihn gehört, Baker! Feuer! Einfach! Ich hab dich, Baker! Einfach weiterschießen! 15 Grad. 23 Grad. Das reicht! Das ist genug, um Sie abschnürzen zu lassen! Wir haben Kontakt zur Odin-Kontrolle verloren. Wiederhole, Kontakt zur Odin-Kontrolle verloren! 2, 1, Schieb! Komm schon! Der hat gesagt, er holt den Truck! Wir müssen ihn suchen! Darüber! Schnell! Lauf, Eike, wir verstehen das hier! Durch das Haus! Wir müssen springen! Nach oben! Wir müssen weiter nach oben! Komm hier rauf, Logan! Lauf einfach weiter! Lauf! 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 Logan! Hey! Logan! Alles in Ordnung! Neck! Uns geht's gut! Lauf! Ich bin in Schacht, Jungs! Komm schon, Logan! In Schacht, mein Name! In Schacht! Wir müssen weg von hier! Du bist schon wieder, Logan! Halt den Dorn, Jungs! Zu, ihm kommstZZZ Huventаться! am und los Närweisen! enviacあの ab違う einem Vielen Dank.